Applaus Menschenskitt! Ja? Wie stehen denn Sie da? Von so wie ich gewachsen bin. Ihnen fehlt ja ein Knopf am Rock. Na und was soll ich da jetzt machen? Ah ne, Menschenskitt! Der Rock gehört ja neben mir. Menschenskitt, Sie sind im Dienst. Und im Dienst gehört der Rock Ihnen. Aber wenn der Rock mir gehört, was geht es denn Sie dann an, ob der Klopp dran ist oder nicht? Ich lass Sie gleich achten laufen. Bin neugierig, was Sie dann sagen. Apropos neugierig. Herr Feldwebel, wissen Sie eigentlich, wie man einen Arschloch neugierig macht? Keine Ahnung. Macht nichts. Ich verrate Ihnen vielleicht später mal.